Das ist einer der letzten Orte, den es von den Weißen noch zu entdecken gilt. Wohin die Zivilisation noch gelangen muss. Jeder Tag bringt etwas Neues. Man kann nicht für morgen planen. Jeder Tag ist neu. Deshalb nannten es die ersten Missionare von Beginn an das Land der Überraschungen. Musik Es waren die ersten wirklichen Fremden, die bei den Eingeborenen hier in Papua Neuginea in den Bergen lebten. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Aber sie waren abenteuerlustig und großherzig. Bevor sie irgendwelche Gebäude und Strukturen errichteten, lebten sie mit den Menschen in den Dörfern. Einfach, um über die Runden und ein wenig herumzukommen. Sie wollten das Vertrauen der Menschen gewinnen. Das dauerte einige Zeit, denn selbst heute noch, wenn man in den Dschungel hineingeht, fürchten sich die Kinder. Vor dem weißen Mann laufen sie weg, weil es so anders ist. Nach den ersten Begegnungen wuchs das Vertrauen und davon ausgehend konnte etwas wachsen. Als die ersten Missionare hier anfingen, kamen mit ihnen auch die Schwestern. Die Menschen wussten nicht, wie sie auf sie zugehen sollten. Hier in den Bergen haben die Männer traditionellerweise das Sagen und treffen die Entscheidungen. Es war für eine Frau unmöglich, aufzustehen und etwas zu sagen oder ihre Sicht darzustellen. Als ich ein kleines Mädchen war, sah ich die Schwestern, wie sie mit diesen großen, runden Dingen mit ihren langen Kleidern und alledem ankamen. Ich fragte mich wirklich, was ist das? Sind das Männer oder sind das Frauen? Was sind die? Ich war neugierig und wollte es wissen. Ich schwindelte mich unter ihr Gewand, um es herauszufinden. Sind das Vögel oder Menschen, oder? Eines Tages fragte ich meinen Lehrer, entschuldigen Sie, wer sind diese Menschen, sagte ich. Das sind Schwestern, Nonnen. Okay, dann fragte ich, wo ist ihr Mann? Jesus. Oh, okay. Also sagte ich mir, dass Jesus in ihr Haus hineingehen wird. Ich setzte mich also zur Tür, aber ich habe ihn nie kommen sehen. Nach einigen Monaten sagte ich wieder zu meinem Lehrer, entschuldigen Sie, ich habe den Mann nicht in das Haus kommen gesehen. Wie sieht er denn aus? Er sagte, oh nein, das ist ein Geist. Was, ein Geist? Ich habe immer gedacht, dass ein Geist böse und der Teufel ist. Ich habe mich immer vor dem Teufel gefürchtet. Er sagte, nein, er ist ein sehr guter Mann. Er liebt alle. Eines Tages sagte ich, Herr Lehrer, kann ich auch eine von diesen Frauen werden? Aber ja, sagte er, du kannst eine Nonne werden. Du alles, um Gott zu gefallen. Er liebt die Nonnen. Deshalb sind diese Damen, die Schwestern, hier. Wir hier leben mitten unter den Leuten. Wir sind bei ihnen, hören ihnen zu und helfen ihnen, damit sie glücklich und im Frieden sind. Man kann schwer von Papua als von einem einheitlichen Staat sprechen. Der traditionelle Glaube, die Art sich zu kleiden, die Mentalität, jede Gruppe ist anders. Wir sprechen vom One-Talk, dem Einsprachensystem, das sich von einer Gruppe von Menschen ableitet, die die gleiche Kultur und Sprache haben. Es gibt hier in Papua über 700 Sprachen. Es kann nur ein paar Dörfer oder Dutzende Dörfer betreffen. Es kann sogar eine Gruppe von 3.000 bis 4.000 Menschen sein, die zum selben Clan gehören. Das Leben spielt sich hier um die Gemeinschaft ab. Die Menschen halten zusammen. Sie sind füreinander verantwortlich, aber nur in einer bestimmten Gemeinschaft. Wenn jemand etwas Böses tut, stiehlt, jemand vergewaltigt oder tötet, dann beschützt ihn die Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft wird eine sogenannte Kompensation für das, was derjenige getan hat, bezahlen. Sie haben keine Vorstellung von einem Individuum und dass ich für mein Leben verantwortlich bin. Innerhalb dieses One-Talk-Systems musst du auch anderen helfen. Auch wenn dich eine Sache nicht direkt betrifft, gehörst du zu einem Clan. Wenn es also an der Zeit ist, deine Kompensation zu zahlen, musst du die Gemeinschaft unterstützen. Das Leben im Busch ist so anders als das Leben in der Stadt. Wir sind sehr glücklich dort, wo wir sind, weil es unser Zuhause ist. Es ist unser Land. Mein Haus ist kein typisches Haus. Es wurde mit Material gebaut, das wir gekauft haben. Wir mussten Bäume fällen und das Gelände im Busch für das Haus roden. Nicht jeder Mann kann ein solches Haus bauen. Drinnen gibt es einen Raum, in dem die Familie schläft. Es ist ein guter Ort, um dort zu leben. Es gibt in der Mitte des Hauses eine Feuerstelle, auf der das Essen gekocht wird. Männer, Frauen, Kinder, alle haben eine Aufgabe. Die Töchter helfen im Garten, kümmern sich um ihre Geschwister und um die Schweineherde. Die Söhne hingegen helfen den Vätern beim Roden im Busch für den Garten. Sie arbeiten zusammen im Busch. Wir haben kein Geld. Wir leben von dem, was wir anbauen. Honegarten würden wir verhohren. Ich kann nicht einfach etwas aus einem fremden Garten stehlen. Ich glaube an Gott und das, was in der Bibel steht. Dort ist Stellen verboten. Die ersten Missionare predigten uns das Evangelium und deswegen entschieden wir uns, einige Praktiken, die wir von unseren Vorfahren übernommen haben, zu ändern. Das Evangelium hat viel Gutes bewirkt. Die Stammeskämpfe haben fast aufgehört. Stammeskämpfe kommen bis heute vor und alles muss abgegolten werden. Immer. Wenn einer stirbt, dann muss auch einer vom anderen Stamm sterben, bevor Friedensverhandlungen beginnen können. Und es kommt nicht darauf an, ob du hier wohnst, in einer Plantage in einer anderen Region arbeitest. Wenn du zu diesem Stamm gehörst, dann musst du aufpassen. Das Leben in meinem Stamm ist ein kriegerisches Leben. Viele haben ihr Leben im Kampf verloren, viele sind getötet worden. Früher kämpfte man mit Pfeil und Bogen und hatte auch Speere. Heute kämpfen sie mit Gewehren. Ich habe viele Menschen mit meinen eigenen Augen im Kampf sterben sehen. Wir kämpften zehn Jahre lang und ungefähr 25 bis 30 starben auf unserer Seite. Wir töteten 40 von ihnen. Einer von unseren Leuten gab einer Frau eine Zigarette und diese starb. Die Familie von dieser Frau behauptete, dass wir sie vergiftet haben. Damit fing der Streit an. Unsere Schwestern kamen zu uns und sagten, nein, nein, von jetzt an wird nicht mehr gekämpft. Sie kamen und hielten uns davor zurück, weiter zu kämpfen. Damit waren die Kämpfe beendet. Jetzt herrscht Frieden. Es geht ihnen gut. Diejenigen aber, die einen ihrer Lieben verloren haben, Männer, Söhne oder ihren Vater, sie sind noch immer hasserfüllt. Wir haben für sie sogenannte Bußgruppen und helfen ihnen, einander anzunehmen und sie so auch in die Kirche zurückzubringen. Die Schwestern stammen aus verschiedenen Clans und kommen aus verschiedenen Gebieten und Kulturen. Das führt manchmal zu Auseinandersetzungen. Aber nach allem sagen wir uns, okay, versuchen wir die Kultur des anderen zu verstehen. Beim Unterricht dann sagen wir ihnen, schaut, auch wir kommen aus den unterschiedlichsten Orten, aber wir nehmen einander an, wir werden ein Leib, weil wir der Leib des lebendigen Christus sind. Ja, sie hören auf uns, sie sind gut. Sie können zuhören, aber manchmal tun sie so, als würden sie zuhören, gehen dann aber nach Hause zurück und tun dasselbe wieder. Wir gehen zu den Menschen, wir sind bei ihnen. Die Schwestern bringen Kinder zur Welt und arbeiten im Krankenhaus, kümmern sich um die Patienten. Wir zeigen ihnen, wie man die Babys und die Kinder wäscht, wie man Wäsche wäscht. Früher sahen die Leute unterernährt aus. Jetzt hat sich das geändert. Früher haben sie sich nicht gewaschen, man konnte den Dreck sehen und sie haben von weitem gestunken. Jetzt sind sie sauber und gesund. Wir haben Spitäler, wir behandeln Menschen, die die unterschiedlichsten Probleme haben. Wir tun das alles. Es geht nicht nur darum, von geistlichen Dingen zu predigen, was sicherlich die Grundlage ist, aber die Kirche ist auch dort, wo die Menschen physische, moralische und sonstige Nöte haben. Es ist ein riesiges Gebiet. Die Menschen leben in kleinen Gemeinschaften und zu allen müssen wir kommen. Die Menschen müssen eine Kirche bauen. Wenn sie Geld haben, werden sie eine große und schöne Kirche bauen. Wenn sie kein Geld haben, dann bauen sie ein Kunai-Haus, ähnlich wie die anderen Häuser. Es gibt über 300 solcher Kirchen, also brauchen wir über 300 Priester. Wir sind aber nur 32, 33 zusammen mit dem Bischof. Ich bin körperlich nicht besonders fit. Ich war immer vom Sport befreit, ob im Seminar, der Grundschule oder der Oberstufe. Und dann kommst du hierher und hast einen 15 Kilometer Marsch vor dir. Unsere Missionare kommen hier an mit dem, was sie in ihrem Heimatland erlebt haben. Hier müssen sie sich eine völlig andere Mentalität, eine völlig andere Art des Seins und des Lebensstils öffnen. Sie müssen auf Missverständnisse eingestellt sein und darauf, einsam zu sein. Allein zu sein, war am schwersten zu ertragen. Wenn die Leute nach der Kirche gehen, nach Hause gehen, dann bleibst du allein zurück. Man muss auf Enttäuschungen vorbereitet sein. Es gab eine Station in einem Gebiet, wo Krieg herrschte. Die Regierung stellte das Land zur Verfügung und eine wunderbare Station wurde dort aufgebaut. Dann brach ein Konflikt aus und alles wurde niedergebrannt. Der Bischof schickte einen Priester, der alles wieder aufbauen sollte. Er hat gute Arbeit getan, eine neue Schule, eine neue Kirche, ein Haus für die Priester und eins für die Schwestern und ein Pastoralzentrum. Ein neuer Krieg brach aus und wieder blieb nichts stehen. Der Priester hielt es nicht aus und ging. Manchmal hat man so Tage, an denen man sich fragt, ob es das alles wert ist. Man hört zum Beispiel, dass ein Dorf oder ein Haus niedergebrannt wurde. Irgendwo. Und Angst überkommt dich. Könnte es nicht auch hier passieren? Der Pfarrer sagt immer, nein, nicht in meiner Pfarrei. Meine Pfarrei ist die beste, weil meine Leute ganz anders sind. Dass die Stadt, das Land anders sind. Aber die Menschen sind alle gleich. Jeder Missionar muss sich überwinden. Ich bin noch nie Motorrad gefahren. Ich habe noch nie so etwas gelenkt. Ein alter Missionar gab mir eine halbe Stunde Unterricht. Hier ist die Gangschaltung. Hier das Gaspedal. Und hier sitzt du. Und los! Ich habe eine Station, um die ich mich besonders kümmere. Es gibt dort viele Berufungen. Es war Weihnachten. Es fing während der Messe an zu regnen. Auf dem Heimweg fiel ich wieder hin. Ich hatte nach dem fünften Mal aufgehört zu zählen. Ich warf das Motorrad hin und sagte, Herr, wenn du willst, dann schlafe ich hier. Du weißt, da ist noch eine Mitternachtsmette in der Hauptstation zu feiern. Ich stand auf, stellte das Motorrad auf und der Motor starb ab. Ich bin kein Mechaniker, aber es stellte sich heraus, dass die Kette heruntergefallen war. Keinen einzigen Schlüssel hatte ich dabei. Ich sagte zu Gott, okay, dann gehe ich eben. Dann gab ich mir einen Ruck und versuchte es noch einmal. Und auf wunderbare Weise war die Kette wieder drin und ich rechtzeitig da. Jesus zeigt uns heute, dass wenn es gefährlich wird, wir einen sicheren Hafen haben. Dieser Hafen ist Jesus Christus. Er spricht heute zu uns. Welche Probleme und Sorgen ihr auch habt, mit mir könnt ihr alles erreichen. Ich bin bei euch, um euch zu helfen. Sie brauchen wirklich einen Priester, um Messe zu feiern, Beichte zu hören und die anderen Sakramente zu spenden. Vor allem Jesus an ihrer Seite. Sie hungern nach den Sakramenten. Manchmal höre ich eineinhalb bis zwei Stunden Beichte. Sie hören es und glauben wirklich, dass ihre Sünden vergeben sind. Die Sakramente, die sie empfangen, verändern sie. Sie verändern ihr Leben. Vor allem aber stärken sie sie. Sie hören auf, darüber nachzudenken, was früher war. Früher war ihr Leben geprägt von den Kämpfen gegen ihre Gegner und der Suche nach etwas Essbarem. Jetzt gibt es da mehr. Sie suchen nach mehr. Es ist eine Zeit des Wandels in Papua-Neuguinea angebrochen. Manche sind auf diesen Wandel nicht vorbereitet. Besonders die Kinder und die Jugend, die mit etwas aufwachsen, von dem ihre Vorfahren nichts wussten. Ich würde sagen, dass die Gesellschaft einem rapiden Wandel unterworfen ist, wenn nicht einem völligen Umbruch. Als unsere ersten Missionare kamen, lebten die Menschen in der Steinzeit. Sie hatten Steinwerkzeuge, um Bäume zu fällen, Holz zu schneiden und um den Garten zu bearbeiten. Sie lebten wirklich in der Steinzeit. Und jetzt, 60 Jahre später, werden diese Menschen in das 21. Jahrhundert hineingezogen und hineingedrängt. In der Vergangenheit haben wir ziemlich gut gelebt. Jetzt hat das Leben sich geändert. Mumu ist eine traditionelle Speise, die man früher nicht kaufen konnte. Wir haben sie nur für die Familie gemacht. Heute wollen die Leute mit Mumu Gewinn machen. Und das ist nicht gut. Das Mahl war für die Familie gedacht, nicht zum Verkauf. Die Frau kümmert sich um die Schweine vom Ferkel auf. Die behandelt sie oft wie ein Mitglied der Familie. Wenn dann das Schwein groß genug ist und zum Schlachten reif ist, um das Mumu zu machen, dann weint sie oft. Heutzutage haben die Leute Schweine, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Die bereiten auch das Mumu, um mehr Gewinn zu machen. Auch die Gartenfrüchte werden auf dem Markt gehandelt. Die jungen Menschen bringen das Geld nicht nach Hause. Sie kaufen nicht für die Familie. Sie tun damit, was sie wollen. Es gibt eine Menge Leute, die wie gefangen sind. Sie können nicht mehr die alten Traditionen leben, sind aber noch nicht in der Moderne angekommen. Eine große Gruppe lebt mittendrin. Wir haben so viele übersprungen, Zivilisation, Moderne. Es ist gerade 50 Jahre her und auf einmal hast du Laptops, Handys und diese großen Konzerne, die kommen und diese ganze Technologie mitbringen. Wir haben jetzt im Land, das heißt in dieser Provinz, dieses große LNG-Projekt. Und wir haben in ganz Papua-Neuginea Unternehmen, Gold, Öl, Kupfer und Nickel. Es ist eine gute Sache, dass diese Unternehmen da sind, denn wir brauchen das Geld. Wir brauchen es, um das menschliche Leben zu entwickeln, die Gesellschaft aufzubauen und den Lebensstandard der Menschen anzuheben. Aber gleichzeitig kamen damit auch viele negative Aspekte ins Land. Als dieses Unternehmen seine Tätigkeit aufnahm, wurden viele Schulen geschlossen, denn die Lehrer bewahrten sich um Stellen bei den Unternehmen, die besser bezahlt wurden. Sogar einige Kinder wollten einen Job. Und weil sie auf einmal so viel Geld haben, wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie geben es dann aus für Alkohol, selbstgebrautes Bier, Prostituierte. Und jetzt haben wir eine steigende Zahl von Geschlechtskrankheiten und Aids-Infizierten. Ich gehe nicht gerne in die Stadt. Ich gehe in die Kirche und das reicht mir, um glücklich zu sein. In der Stadt, so hört man, gibt es Morde, Überfälle und Diebstahl. Sie fluchen und es gibt viele Betrunkene. Die jungen Menschen sind davon am meisten betroffen und wahrscheinlich fühlen sie sich verlassen. Die Alten sprechen oft davon, dass sie den Kontakt mit den Jungen verloren haben. Die Jungen sind wie Jugendliche überall, fasziniert von allem, was neu ist, aber können nicht immer widerstehen. Die Stadt ist der einzige Ort, wo junge, gut ausgebildete Leute Arbeit finden können. Wenn sie dann keine Arbeit finden, müssen sie trotzdem von etwas leben, auch wenn sie es stehlen oder rauben müssen. Die Vorstellung vom Leben in der Stadt ist oft falsch. Leute aus ganz Papua-Neuguinea kommen und stellen provisorische Häuser in den Slums auf. Das ist kein sicherer Platz. Die Banditen kommen in Gruppen, den sogenannten Raskals, und greifen an. Sie arbeiten nichts und kommen so an Geld. In den Dörfern gibt es nicht die Annehmlichkeiten, die es in der Stadt gibt, wie Schulen, Spitäler, Straßen, Elektrizität. Die Eltern denken an ihre Kinder und kommen in die Stadt, weil die Schulen, die Lehrer besser sind. Deshalb geben viele Menschen das Leben in den Dörfern auf. Als ich die Möglichkeiten sah, die die Stadt bietet, entschied ich mich, meine Kinder hierher zu bringen, damit sie studieren und eine bessere Zukunft haben können. Wären wir im Dorf geblieben, hätte mein Sohn Dominik nicht eine so gute Ausbildung bekommen. Er hätte auch nicht ein Studium auf einer der besten Universitäten beginnen können. Er hat seine Schule abgeschlossen und ist jetzt auf der Universität von Papua-Neuguinea. Das Leben in der Hauptstadt ist nicht einfach. Es geht alles nur ums Geld. Unsere Situation ist so. Wenn es zu schwer wird, könnten wir immer noch in unser Heimatdorf gehen, in meine Diözese, in meine Kirche, wo meine Familie, meine Verwandten und Freunde sind. Ich kann zurückkehren und bei ihnen bleiben. Das ist etwas, was uns Menschen mit einer Stammeskultur in einer clanbasierten Kultur lehren können. Die Wichtigkeit der Gemeinschaft, die Wichtigkeit der gemeinsamen Arbeit und der Kommunion untereinander. Und dass es Demut braucht, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Der Dienst am Anderen und die Identität, die man dadurch hat. Die Kirche und der Glaube, den die Kirche bringt, ist ein stabilisierender Faktor. Durch sie kann etwas Sinn bekommen und eine gewisse Stabilität entstehen. Sie kann Weisheit lehren und kann die Gnade in das Leben der Menschen bringen, die hin- und hergerissen sind. Unser Glaube an Jesus Christus, der derselbe ist gestern, heute und morgen, ist etwas, das, so denke ich, helfen kann. Die Menschen können ihre Identität wiederfinden inmitten aller Schwierigkeiten, Veränderungen und Umwälzungen dieser postmodernen Welt. Ich denke, es ist ein wirkliches Geschenk, dass die Kirche den Menschen in so einer Situation bringen kann. Ich kam nach Papua-Neuguinea und dachte, ich werde ein großer Missionar sein. Dass ich einer bin, der alles für Jesus tun wird. Ich habe alles aufgegeben, meine Familie, meine Kultur, mein Essen, alles. Ich dachte, ich wäre hierher gekommen, um ein Kreuz zu tragen. Und sehr schnell erkannte ich, dass Gott mich hierher gebracht hat, um mich zu segnen. Ich dachte, ich würde so viel für Gott wirken, aber er hat so viel mehr für mich getan. Und die Einfachheit der Menschen, manchmal muss ich ganz schön schlucken, ich werde immer wieder inspiriert vom Glauben der Menschen, von der Einfachheit der Menschen, von ihrer Liebe zur Kirche, zu ihren Priestern und den Schwestern. Ich würde gern zurückgehen und den Menschen, denen ich leidgetan habe, weil ich all diese Dinge aufgegeben habe und in ein solches Elend gelangt bin, sagen, dass das nicht stimmt. Ich möchte an keinem anderen Ort sein. Und es ist auch kein Elend für mich. Ich betrachte es als eine unglaubliche Segnung, die ich Gott nie und nimmer zurückzahlen kann. Ich möchte einfach ein wenig. Er hat gute Arbeit getan. Eine neue Schule, eine neue Kirche, ein Haus für die Priester und eins für die Schwestern und ein Pastoralzentrum. Ein neuer Krieg brach aus und wieder blieb nicht stehen. Der Priester hielt es nicht aus und ging. Manchmal hat man so Tage, an denen man sich fragt, ob es das alles wert ist. Man hört zum Beispiel, dass ein Dorf oder ein Haus niedergebrannt wurde, irgendwo, und Angst überkommt dich. Könnte es nicht auch hier passieren? Der Pfarrer sagt immer, nein, nicht in meiner Pfarrei. Meine Pfarrei ist die beste, weil meine Leute ganz anders sind, dass die Stadt, das Land anders sind. Aber die Menschen sind alle gleich. Jeder Missionar muss sich überwinden. Ich bin noch nie Motorrad gefahren. Ich habe noch nie so etwas gelenkt. Ein alter Missionar gab mir eine halbe Stunde Unterricht. Hier ist die Gangschaltung. Hier das Gaspedal. Und hier sitzt du. Und los! Ich habe eine Station, um die ich mich besonders kümmere. Es gibt dort viele Berufungen. Es war Weihnachten. Es fing während der Messe an zu regnen. Auf dem Heimweg fiel ich wieder hin. Ich hatte nach dem fünften Mal aufgehört zu zählen. Ich warf das Motorrad hin und sagte, Herr, wenn du willst, dann schlafe ich hier. Du weißt, da ist noch eine Mitternachtsmette in der Hauptstation zu feiern. Ich stand auf, stellte das Motorrad auf und der Motor starb ab. Ich bin kein Mechaniker, aber es stellte sich heraus, dass die Kette heruntergefallen war. Keinen einzigen Schlüssel hatte ich dabei. Ich sagte zu Gott, okay, dann gehe ich eben. Dann gab ich mir einen Ruck und versuchte es noch einmal. Und auf wunderbare Weise war die Kette wieder drin und ich rechtzeitig da. Jesus zeigt uns heute, dass wenn es gefährlich wird, wir einen sicheren Hafen haben. Dieser Hafen ist Jesus Christus. Er spricht heute zu uns. Welche Probleme und Sorgen ihr auch habt, mit mir könnt ihr alles erreichen. Ich bin bei euch, um euch zu helfen. Sie brauchen wirklich einen Priester, um Messe zu feiern, Beichte zu hören und die anderen Sakramente zu spenden. In die Stadt, weil die Schulen, die Lehrer besser sind. Deshalb geben viele Menschen das Leben in den Dörfern auf. Als ich die Möglichkeiten sah, die die Stadt bietet, entschied ich mich, meine Kinder hierher zu bringen, damit sie studieren und eine bessere Zukunft haben können. Wären wir im Dorf geblieben, hätte mein Sohn Dominik nicht eine so gute Ausbildung bekommen. Er hätte auch nicht ein Studium auf einer der besten Universitäten beginnen können. Er hat seine Schule abgeschlossen und ist jetzt auf der Universität von Papua-Naguinea. Das Leben in der Hauptstadt ist nicht einfach. Es geht alles nur ums Geld. Unsere Situation ist so. Wenn es zu schwer wird, könnten wir immer noch in unser Heimatdorf gehen. Ich bin in meine Diästöse, in meine Kirche, wo meine Familie, meine Verwandten und Freunde sind. Ich kann zurückkehren und bei ihnen bleiben. Das ist etwas, was uns Menschen mit einer Stammeskultur in einer clanbasierten Kultur lehren können. Die Wichtigkeit der Gemeinschaft, die Wichtigkeit der gemeinsamen Arbeit und der Kommunion untereinander. Und dass es Demut braucht, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Der Dienst am Anderen und die Identität, die man dadurch hat. Die Kirche und der Glaube, den die Kirche bringt, ist ein stabilisierender Faktor. Durch sie kann etwas Sinn bekommen und eine gewisse Stabilität entstehen. Sie kann Weisheit lehren und kann die Gnade in das Leben der Menschen bringen, die hin- und hergerissen sind. Unser Glaube an Jesus Christus, der derselbe ist gestern, heute und morgen, ist etwas, das, so denke ich, helfen kann. Die Menschen können ihre Identität wiederfinden inmitten aller Schwierigkeiten, Veränderungen und Umwälzungen in dieser postmodernen Welt. Ich denke, es ist ein wirkliches Geschenk, dass die Kirche den Menschen in so einer Situation bringen kann. Ich kam nach Papua New Guinea und dachte, ich werde ein großer Missionar sein, dass ich einer bin, der alles für Jesus tun wird. Ich habe alles aufgegeben, meine Familie, meine Kultur, mein Essen, alles. Ich dachte, ich werde hierhergekommen, um ein Kreuz zu tragen. Und sehr schnell erkannte ich, dass Gott mich hierhergekommen hat. Es waren fünf Kapuziner-Missionare, die hier 1955 mit der Mission begannen. Und es waren die ersten wirklichen Fremden, die bei den Eingeborenen hier in Papua New Guinea in den Bergen lebten. Sie wussten nicht, was sie erwartet, aber sie waren abenteuerlustig und großherzig. Bevor sie irgendwelche Gebäude und Strukturen errichteten, lebten sie mit den Menschen in den Dörfern, einfach um über die Runden und ein wenig herumzukommen. Sie wollten das Vertrauen der Menschen gewinnen. Das dauerte einige Zeit, denn selbst heute noch, wenn man in den Dschungel hineingeht, fürchten sich die Kinder. Vor dem weißen Mann laufen sie weg, weil es so anders ist. Fürchten sie sich, weil er anders ist. Nach den ersten Begegnungen wuchs das Vertrauen und davon ausgehend konnte etwas wachsen. Als die ersten Missionare hier anfingen, kamen mit ihnen auch die Schwestern. Die Menschen wussten nicht, wie sie auf sie zugehen sollten. Hier in den Bergen haben die Männer traditionellerweise das Sagen und treffen die Entscheidungen. Es war für eine Frau unmöglich, aufzustehen und etwas zu sagen oder ihre Sicht darzustellen. Als ich ein kleines Mädchen war, sah ich die Schwestern, wie sie mit diesen großen, runden Dingen, mit ihren langen Kleidern und alledem ankamen. Ich fragte mich wirklich, was ist das? Sind das Männer oder sind das Frauen? Was sind die? Ich war neugierig und wollte es wissen. Ich schwindelte mich unter ihr Gewand, um es herauszufinden. Sind das Vögel oder Menschen, oder? Eines Tages fragte ich meinen Lehrer, entschuldigen Sie, wer sind diese Menschen, sagte ich. Das sind Schwestern, Nonnen. Okay, dann fragte ich, wo ist ihr Mann? Jesus. Oh, okay. Also sagte ich mir, dass Jesus in ihr Haus hineingehen wird. Ich setzte mich also zur Tür, aber ich habe ihn nie kommen sehen. Nach einigen Monaten sagte ich wieder zu meinem Lehrer, entschuldigen Sie, ich habe den Mann nicht in das Haus kommen gesehen. Wie sieht er denn aus? Er sagte, oh nein, das ist ein Geist. Was, ein Geist? Ich habe immer gedacht, dass ein Geist böse und der Teufel ist. Ich habe mich immer vor dem Teufel gefürchtet. Er sagte, nein, er ist ein sehr guter Mann. Er liebt alle. Eines Tages sagte ich, Herr Lehrer, kann ich auch eine von diesen Frauen werden? Ja. Aber ja, sagte er, du kannst einen Nonnen. Die Wichtigkeit der Gemeinschaft. Die Wichtigkeit der gemeinsamen Arbeit und der Kommunion untereinander. Und dass es Demut braucht, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Der Dienst am Anderen und die Identität, die man dadurch hat. Die Kirche und der Glaube, den die Kirche bringt, ist ein stabilisierender Faktor. Durch sie kann etwas Sinn bekommen und eine gewisse Stabilität entstehen. Sie kann Weisheit lehren und kann die Gnade in das Leben der Menschen bringen, die hin- und hergerissen sind. Unser Glaube an Jesus Christus, der derselbe ist gestern, heute und morgen, ist etwas, das, so denke ich, helfen kann. Die Menschen können ihre Identität wiederfinden, inmitten aller Schwierigkeiten, Veränderungen und Umwälzungen in dieser postmodernen Welt. Ich denke, es ist ein wirkliches Geschenk, dass die Kirche den Menschen in so einer Situation bringen kann. Ich kam nach Papua-Neuguinea und dachte, ich werde ein großer Missionar sein, dass ich einer bin, der alles für Jesus tun wird. Ich habe alles aufgegeben, meine Familie, meine Kultur, mein Essen, alles. Ich dachte, ich wäre hierher gekommen, um ein Kreuz zu tragen. Und sehr schnell erkannte ich, dass Gott mich hierher gebracht hat, um mich zu segnen. Ich dachte, ich würde so viel für Gott wirken, aber er hat so viel mehr für mich getan. Und die Einfachheit der Menschen, manchmal muss ich ganz schön schlucken, ich werde immer wieder inspiriert vom Glauben der Menschen, von der Einfachheit der Menschen, von ihrer Liebe zur Kirche, zu ihren Priestern und den Schwestern. Ich würde gern zurückgehen und den Menschen, denen ich leid getan habe, weil ich all diese Dinge aufgegeben habe und in ein solches Elend gelangt bin, sagen, dass das nicht stimmt. Ich möchte an keinem anderen Ort sein. Und es ist auch kein Elend für mich. Ich betrachte es als eine unglaubliche Segnung, die ich Gott nie und nimmer zurückzahlen kann. Und es ist auch kein Elend für mich. Ich betrachte es als eine unglaubliche Segnung, die ich Gott nie und nimmer zurückzahlen kann. Beim Unterrichtern sagen wir ihnen, schaut, auch wir kommen aus den unterschiedlichsten Orten, aber wir nehmen einander an, wir werden ein Leib, weil wir der Leib des lebendigen Christus sind. Ja, sie hören auf uns. Sie sind gut. Sie können zuhören, aber manchmal tun sie so, als würden sie zuhören, gehen dann aber nach Hause zurück und tun dasselbe wieder. Wir gehen zu den Menschen. Wir sind bei ihnen. Die Schwestern bringen Kinder zur Welt und arbeiten im Krankenhaus, kümmern sich um die Patienten. Wir zeigen ihnen, wie man die Babys und die Kinder wäscht, wie man Wäsche wäscht. Früher sahen die Leute unterernährt aus. Jetzt hat sich das geändert. Früher haben sie sich nicht gewaschen. Man konnte den Dreck sehen. Und sie haben von Weitem gestunken. Jetzt sind sie sauber und gesund. Wir haben Spitäler. Wir behandeln Menschen, die die unterschiedlichsten Probleme haben. Wir tun das alles. Es geht nicht nur darum, von geistlichen Dingen zu predigen, was sicherlich die Grundlage ist. Aber die Kirche ist auch dort, wo die Menschen physische, moralische und sonstige Nöte haben. Es ist ein riesiges Gebiet. Die Menschen leben in kleinen Gemeinschaften und zu allen müssen wir kommen. Die Menschen müssen eine Kirche bauen. Wenn sie Geld haben, werden sie eine große und schöne Kirche bauen. Wenn sie kein Geld haben, dann bauen sie ein Kunai-Haus, ähnlich wie die anderen Häuser. Es gibt über 300 solcher Kirchen, also brauchen wir über 300 Priester. Wir sind aber nur 32, 33 zusammen mit dem Bischof. Ich bin körperlich nicht besonders fit. Ich war immer vom Sport befreit, ob im Seminar, der Grundschule oder der Oberstufe. Und dann kommst du hierher und hast einen 15 Kilometer Marsch vor dir. Unsere Missionare kommen hier an mit dem, was sie in ihrem Heimatland erlebt haben. Hier müssen sie sich eine völlig andere Mentalität, eine völlig andere Art des Seins und des Lebensstils öffnen. Sie müssen auf Missverständnisse eingestellt sein und darauf, einsam zu sein. Allein zu sein, war am schwersten zu ertragen. Wenn die Leute nach der Kirche aus ganz Papua-Neuguinea kommen und stellen provisorische Häuser in den Slums auf. Das ist kein sicherer Platz. Die Banditen kommen in Gruppen, den sogenannten Raskals, und greifen an. Sie arbeiten nichts und kommen so an Geld. In den Dörfern gibt es nicht die Annehmlichkeiten, die es in der Stadt gibt, wie Schulen, Spitäler, Straßen, Elektrizität. Die Eltern denken an ihre Kinder und kommen in die Stadt, weil die Schulen, die Lehrer besser sind. Deshalb geben viele Menschen das Leben in den Dörfern auf. Als ich die Möglichkeiten sah, die die Stadt bietet, entschied ich mich, meine Kinder hierher zu bringen, damit sie studieren und eine bessere Zukunft haben können. Wären wir im Dorf geblieben, hätte mein Sohn Dominik nicht eine so gute Ausbildung bekommen. Er hätte auch nicht ein Studium auf einer der besten Universitäten beginnen können. Er hat seine Schule abgeschlossen und ist jetzt auf der Universität von Papua-Neuguinea. Das Leben in der Hauptstadt ist nicht einfach. Es geht alles nur ums Geld. Unsere Situation ist so. Wenn es zu schwer wird, könnten wir immer noch in unser Heimatdorf gehen, in meine Diästöse, in meine Kirche, wo meine Familie, meine Verwandten und Freunde sind. Ich kann zurückkehren und bei ihnen bleiben. Das ist etwas, was uns Menschen mit einer Stammeskultur, in einer clanbasierten Kultur, lehren können. Die Wichtigkeit der Gemeinschaft, die Wichtigkeit der gemeinsamen Arbeit und der Kommunion untereinander. Und dass es Demut braucht, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Der Dienst am Anderen und die Identität, die man dadurch hat. Die Kirche und der Glaube, den die Kirche bringt, ist ein stabilisierender Faktor. Durch sie kann etwas Sinn bekommen und eine gewisse Stabilität entstehen. Sie kann Weisheit lehren und kann die Gnade von Scheidungen. Es war für eine Frau unmöglich, aufzustehen und etwas zu sagen oder ihre Sicht darzustellen. Als ich ein kleines Mädchen war, sah ich die Schwestern, wie sie mit diesen großen, runden Dingen, mit ihren langen Kleidern und alledem ankamen. Ich fragte mich wirklich, was ist das? Sind das Männer oder sind das Frauen? Was sind die? Ich war neugierig und wollte es wissen. Ich schwindelte mich unter ihr Gewand, um es herauszufinden. Sind das Vögel oder Menschen, oder? Eines Tages fragte ich meinen Lehrer, entschuldigen Sie, wer sind diese Menschen, sagte ich. Das sind Schwestern, Nonnen. Okay, dann fragte ich, wo ist ihr Mann? Jesus. Oh, okay. Also sagte ich mir, dass Jesus in ihr Haus hineingehen wird. Ich setzte mich also zur Tür, aber ich habe ihn nie kommen sehen. Nach einigen Monaten sagte ich wieder zu meinem Lehrer, entschuldigen Sie, ich habe den Mann nicht in das Haus kommen gesehen. Wie sieht er denn aus? Er sagte, oh nein, das ist ein Geist. Was, ein Geist? Ich habe immer gedacht, dass ein Geist böse und der Teufel ist. Ich habe mich immer vor dem Teufel gefürchtet. Er sagte, nein, er ist ein sehr guter Mann. Er liebt alle. Eines Tages sagte ich, Herr Lehrer, kann ich auch eine von diesen Frauen werden? Aber ja, sagte er, du kannst eine Nonne werden. Du alles, um Gott zu gefallen. Er liebt die Nonnen. Deshalb sind diese Damen, die Schwestern hier. Wir hier leben mitten unter den Leuten. Wir sind bei ihnen, hören ihnen zu und helfen ihnen, damit sie glücklich und im Frieden sind. Man kann schwer von Papua als von einem einheitlichen Staat sprechen. Der traditionelle Glaube, die Art, sich zu kleiden, die Mentalität, jede Gruppe ist anders. Wir sprechen vom One Talk, dem Einsprachensystem, das sich von einer Gruppe von Menschen ableitet, die die gleiche Kultur und Sprache haben. Es gibt hier in Papua über 700 Sprachen. Es kann nur ein paar Dörfer oder Dutzende Dörfer betreffen. Es kann sogar eine Gruppe von 3.000 bis 4.000 Menschen sein, die zum selben Clan gehören. Das Leben spielt sich hier um die Gemeinschaft ab. Die Menschen halten zusammen. Sie sind füreinander verantwortlich, aber nur in einer bestimmten Gemeinschaft. Wenn jemand etwas Böses tut, stiehlt, jemand vergewaltigt oder tönt,